ich male neues glas gemälde. ich zeige gleich. ich brauche eine kleine pause weil alles nass. meine maske ist nass. ich zeige gleich. so das ist ein baum. sieht man. ich habe dieses format gezeigt vor ein paar tagen. ich zeige erst mal die maske ab. so, erst mal die maske abziehen. so, nass. die taschentücher sind dort. dann nehme ich hier. so eine küchenrolle geht auch. so warm. so warm. siehst du. alles nass. handschuhe. naja, ich gehe gleich frische luft atmen. da wollte ich zeigen das neue gemälde mal ich schon. vor paar tagen oder wann habe ich gezeigt dieses format und begann zu malen. und was wollte ich sagen. ja, ich war live auf youtube mit live übertragung und ich konnte gar kein deutsch sprechen. ich war nur sieben minuten oder acht minuten und habe live schnell übertragen. habe gezeigt das gemälde. andere gemälde. das was ich mache. dieser bauminteresse hat. kann anschauen. und genau. was wollte ich sagen. ah, nur dass ich male. gut. so, ich habe gezeigt das neue gemälde male ich. und dann parallel werde ich mehrere gemälde malen. und bald fotoshooting und video und so weiter. und da kann man angucken. und wer interessiert sich für meine malerei oder für meine musik oder überhaupt für mich als persönlichkeit als künstlerin und malerin und musikerin. bitte macht dieser plus zeichen weg. hier zeige ich. das ist das heißt abonnieren. und dann könnt ihr alle meine videos anschauen und malerei beobachten und musik und konzerte. und jetzt spreche ich auf deutsch und ansonsten spreche ich meistens russisch und deutsch und englisch. deswegen nicht wundern. und selber bin ich in berlin. maler in berlin. und musiker und maler in berlin. so, allen alles guter. gehe ich schnell. tic tic tic. brauche ich.